So kann losgehen. Geht auch los. So. Na schön. Na schön, erschöpft. Oh Gott, was ist das denn, Aussprache? Ich weiß, bei mir irgendwie ist das so mein, mein, ähm, wie nennt man das? Textdings. Meine Schrift ist nicht gut. Okay, noch lange nicht. Das werden wir ja sehen. Ich glaube, die Wachnamen gingen nicht so mit. Sie kriegen vorleihen. Das glaube ich auch. Aufs Gesicht. Wir sind einfach viel zu stark. Wir haben uns wieder zurückgemeldet, sowieso. Spruch aus dem Ast. Ich glaube, wir sind nützlich. Na komm. Aber es ist ja deine Entscheidung. Was denn? Wir haben nicht gesagt, dass wir zurück sind. Aber wir sind zurück. Mit uns beiden. Okay, ich mach den letzten jetzt mal fertig, ne? Die letzte war wohl. Haut um. Weg. Die letzte. Du hast gewonnen. Also du kannst ruhig ein bisschen lauter uns, äh, deinem Headset reden, damit sind wir wirklich auch gleich laut. Juh. Ich weiß, es war ein bisschen anstrengend, aber... Stimmenmäßig, aber... Geht. Dann werden wir fürs erste auch gleich laut. Okay. Stirb! Nein, bevor ich... Gehe, zu... Zerstöre, ich liebe das Raumschiff. Er hat das Raumschiff zerstört. Und ihr fragt gleich alles ein, schnell abhauen. Okay, wir müssen weg. Sagen wir mal so, die Effekte sind ziemlich laut, aber der Rest geht eigentlich. Ja, der Rest geht. Das ist ziemlich spannend. Oh, sag mal, der ist gleich. Er ist ja unbekannt vor, bei Metro... Metroid. Metroid. Ja, auch alles. Schnell weg von hier. Ja. Ach, ey. Ja, nee. Drin bleiben wollen wir ja nicht. Ja. Schnell weg. Das explodiert alles gleich. Wow, ein Schritt zur Seite gegangen. Ja, ist gut. Raumschiff. Hier. Okay. Richtig spektakulär. Ja, Mann. Ich gehe einfach mal drauf. Alles weg. Und was machen wir jetzt? Wie sollen wir denn... Wie sollen wir denn jetzt in die Welt rumkommen? Scotty beam uns. Willst du den Alien sprechen? Ja. Oh, da sind noch mehr. Hallo, Fremda. Warum bin ich hier? Du bist in unseren Ufo im Weltall. Wir sind im Weltall. Spricht mit unserem roten Anführer, der weiß alles. Okay, dann suche ich mal direkt den roten Anführer. Spreche ich gar nicht mit den anderen. Das ist sonst nur reine Zeitverschwendung. Genau. Hm, nee, der ist es bestimmt nicht. Nee, voll übersichtlich. Ähm, hallo, warum bin ich überhaupt hier? Ah, da seid ihr ja. Also, es hat einen ganz speziellen Grund, warum du hier bist. Und der wäre? Du bist zu stark. Was soll das heißen? Du stellst eine Gefahr für das ganze Universum dar. Wir wissen von deinem bösen Geist in dir. Du hättest es ruhig so aussprechen können, wie es auch da steht. Das habe ich auch mal gemacht. Also, dein Buesengeist in dir. Du bist zwar noch nicht sehr stark, aber dein Geist wird immer stärker sein als du und der Saal. Warte, jetzt will ich mal kurz was sagen. Er sagt, wir sind zu stark. Und hier sagt er, du bist zwar noch nicht so stark. Äh, ziemlich unlogisch. Ähm, ähm, ja. Muss wir ihn jetzt von dir entfernen und ihn zerstören. Und wie soll, äh, wo, und wie wollt ihr das machen? Ganz einfach, wir haben eine spezielle Maschine dafür. Alien, kommst du mal mit. Okay. Oh, noch ein grüner Alien. Oh, soll ich den... Nee, 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 Boss. Soll ich jetzt hier... Was soll ich jetzt hier... Also ich... Also ich habe dir doch schon von dem Teufelskind erzählt. Ja, das hast du mir schon erzählt. Wieso? Der Typ hier neben mir ist es. Bam, bam, bam. Was? Das ist doch nicht möglich, oder? Oh mein Gott. Doch, er ist es. Bring ihn bitte zur Entfernungsmaschine. Ja, mach ich. Also dann, kommt mal mit. Mal mit. Oh, du hast aber echt einen Knochenjob. Du musst hier alles labern. Ja, irgendwie schon. Okay, ich habe keine Ahnung, wann ich das Video angefangen habe. Ich höre einfach zwei Minuten auf. Worüber redet ihr die... Ihr, 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 ihr... Ähm, nochmal neu. Worüber redet ihr hier die ganze Zeit? Kommt einfach mit, das wirst du ja sehen. Okay. Irgendwie ist es bis jetzt mir aufgefallen, ich habe Olaf noch nicht gesprochen. Ja, der hat noch gar nichts gesagt, ne? Vielleicht ist das stumm. Oder zu... Äh, äh, epileptischer Anfall, weil er jetzt im Weltraum ist. Wir gehen nicht mit, wir gehen mal in die andere Richtung. Da ist nix. Was ist eigentlich das hier? Auch nix. Gesichter an der Wand, huu, total interessant. Okay, gehen wir mal hoch. Ah! Wee! Wir gucken uns erstmal um, bevor wir den ansprechen. Er ist mir sonst, äh... Vielleicht ist ja irgendwo Geld drin. In den Töpfen ist ja immer Geld. Das wusste ich wiederum nicht. Ich habe es vielleicht mal gesehen, aber das ist ziemlich lange, wo ich das letzte Mal das gespielt habe. Ich finde es lustig, dass du auch Devil or Angel mal angespielt hast. Ja. Aber nur angespielt und, ja, nicht weitergemacht. Andere Spiele getestet. Zu sehen, was gut ist nicht. Ich sollte erst mit Ellie reden, bevor ich diesen Gang gehe. Bist du dir da so sicher? Nein, Spaß. Ja, ja, ich weiß. So, jetzt hast du gleich wieder die wundervolle, wundervolle Aufgabe. Das ist eh nie. Kommt, John. Cool. Voll. Okay, da muss ich jetzt schon wieder mal. Ich habe ja keine Ahnung, was ich aufgenommen habe. Wir gehen auf Nummer sicher. Nummer sicher und speichern es ab. Genau, ich habe das Gefühl, wir nähern uns dem Ende, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe darüber das Spiel keine Ahnung. Ich ja auch nicht. Lassen wir uns einfach beide überraschen. Richtig. Wie es ändert. Und dann geht es gleich. Und natürlich, wenn wir es sehen, bekommst die Zuschauer wieder mit. Richtig. Bis gleich. Bis gleich.